A3.0. Auf Meereshöhe beträgt der Luftdruck unter normalen Bedingungen 1013 Hektopascal. Mit zunehmender Höhe nimmt der Luftdruck ab. Der Wert des Luftdrucks kann annähernd durch die Funktion f mit der Gleichung y ist gleich 1013 mal 0,87 hoch x mit der Grundmenge r plus 0 kreuz r plus 0 beschrieben werden. Wobei y den Luftdruck in Hektopascal und x die Höhe in Kilometer über der Meereshöhe angibt. Nebenstehend ist der Graph zu dieser Funktion abgebildet. Und A3.1 geben sie an, um wie viel Prozent der Luftdruck entsprechen dieser Funktion pro Kilometerhöhe sinkt. Für die Lösung dieser Aufgabe brauchen wir genau diese Funktion hier. Da steckt schon alles mit drin. Nämlich y ist ja, wie es hier steht, y ist der Luftdruck in Hektopascal, x ist die Höhe, die 1013 ist der Startwert. Also bleibt für den Prozentwert nur noch die 0,87 übrig. Und hier gilt im Prinzip, dass 100% nichts anderes als ein Wert von 1,0 entspricht. Ja, Prozent heißt ja nichts anderes als für 100. Also grob gesagt, 100% sind 100 Teile von 100. Wenn man es als Bruch schreibt, 100 von 100 und das gekürzt ist 1, also der Wert 1,00. So, wenn man jetzt hier den Wert von 0,87 hat, das wären dann also 87%. Und damit heißt es, der Luftdruck sinkt um 13%. Damit wird die Aufgabe schon gelöst. A3.2, der minimale Luftdruck bei den Menschen nachweislich dauerhaft leben können, liegt bei etwa 460 Hektopascal. Ermitteln Sie mit Hilfe des Graphen, in welcher Höhe dieser minimale Luftdruck vorherrscht. Also jetzt brauchen wir den Graph dazu. Wir gucken uns an, wo sind 460 Hektopascal. Dafür müssen wir jetzt diese Skala hier richtig lesen. Wir haben 200 Schritte, fette Schritte. Hier sind noch 5 Teilstufen vorhanden. Da muss man uns halt überlegen, was ist welcher. Also 400, 440, 480, 520, 560, 600. Wenn man diesen Teilstufen nachgeht, dann wäre, was braucht man, 460 Hektopascal. Eigentlich genau hier dazwischen. Ja, zwischen 440 und 480. Einfach sinnvoll aufteilen, wie kann man das benutzen. So, dann einfach parallel zur x-Achse nach rechts zeichnen, bis man auf den Graphen trifft. Und jetzt gilt senkrecht nach unten. Und dort den entsprechenden x-Wert ablesen. Ja, auch wenn wir nachschauen, was habe ich. 5, 5,2, 5,4, 5,6. Also ein Wert von circa 5,6, 5,7. Irgendwas um den Dreh rum. Ja, im Rahmen der Zeichenungengenauigkeit.